Die Aufgabe von folgendem ist, wir haben ein Fahrrad und es fährt schon mit 12 km pro Stunde und dann wird noch beschleunigt. Dann werden wir noch schneller mit einer Beschleunigung von 1,1. Also V1 ist 12 km pro Stunde und gesucht ist dann V2, also wie schnell bin ich nach dieser Beschleunigung. Und die Formel ist ja, also Formel A gleich Delta V durch Delta T, Delta V ist gesucht, also irgendein V ist gesucht, mal Delta T und dann habe ich Delta V ist A mal Delta T gleich. So, und das sind 1,1, 1,1 m durch Sekunde Quadrat mal 5,3 Sekunden, ein bisschen zu Platz machen. Und dann bekomme ich als Delta V, was habe ich denn? 5,83 m pro Sekunde, aber das ist die, das meint dieses Delta. So, hier haben wir ein Delta. Das kommt zu V1 dazu. Und jetzt, ich habe hier einmal Meter pro Sekunde, einmal Kilometer pro Stunde, das heißt, das rechne ich um. 12 dividiert durch 3,6, dann habe ich es in Meter pro Sekunde und das ist V1, wo habe ich es denn? Hier, 3,3. 3,3 Meter pro Sekunde. Zu der Geschwindigkeit kommt die Geschwindigkeit dazu und dann habe ich meine Endgeschwindigkeit. Also V2 ist V1 plus diese V-Differenz ist 3,3 m pro Sekunde plus 5,83 m pro Sekunde. Dann haben wir V2 ist 9,13 m pro Sekunde. Das sind mir hier ein bisschen zu viele Ziffern. Also für das Endergebnis muss ich schon noch runden. Aber im Endergebnis soll man es eigentlich in kmh hinschreiben, das heißt, das kann ich jetzt noch machen. Ist 9,13 mal 3,6. Dann habe ich Kilometer pro Stunde. Da ist jetzt irgendwelche 32, irgendwas. Hier ist es wichtig, dass ich das, ich schreibe es da hin, V2, das ist ungefähr 33 kmh pro Stunde, dass ich sauber runde. So halbwegs sauer. Also immer zwei Ziffern, zwei Ziffern, dann mache ich ja auch zwei Ziffern. Also dem Radlfahrer ist es gelungen, aus 12 kmh 33 kmh zu kmh zu machen, indem er 5 Sekunden lang beschleunigt hat. Und das ist schon eine Leistung. Also wer da mit dem Tacho drauf schaut, mit dem Rennrad geht das schon. Sonst ist es eine wirklich große Leistung. Also wer da mit dem Rennrad geht das schon.